Jace Momoa wurde 1979 in Honolulu auf Hawaii geboren. Seitdem hat er eine großartige schauspielerische Karriere hingelegt und eine fast noch großartigere körperliche Entwicklung. Mit der Schauspielerei begann er im zarten Alter von 19 Jahren. Damals verkörperte er einen Rettungsschwimmer in der US-amerikanischen Serie Baywatch. Damals war er schlank und hatte wenig Muskeln auf den Rippen. Dies änderte sich zunehmend. Schon in Stargate Atlantis begann er Muskeln zuzulegen. In der Serie spielte er von 2005 bis 2009 mit, was seinen Mit-20ern bis End-20ern entsprach. Vom Körperbau war dies aber noch lange nicht der Mamoa, den wir heute kennen. Die zugelegte Muskelmasse verteidte sich noch relativ stark auf seine 1,93 Meter Körpergröße, weshalb er auch in Stargate nicht wirklich muskulös erscheint. 2011 kam dann seine erste Rolle, wo er überkörperfrei einen guten Eindruck hinterlassen musste. Laut eigenen Aussagen begann er für diese Rolle mit dem Krafttraining und man sieht auf alle Fälle deutlich, welchen Fortschritt sein Körper gemacht hat. Zu diesem Zeitpunkt war Mamoa Anfang seiner 30er und die Rolle, von der wir hier sprechen, ist die Rolle des Conan. Auch Arnold Schwarzenegger verkörperte diese Figur einst und sie ist bis heute eine sehr körperbetonte Figur. Conan ist ein großer, starker und gnadenloser Krieger. Da soll man als Schauspieler, was die Statur angeht, dies auch gut verkörpern können. Mamoa ist die Wandlung perfekt gelungen. Für diese Rolle hat er deutlich an Masse, vor allem an Armen, der Brust und den Schultern zugelegt. Im selben Jahr wurde er dann für die Rolle des Karl Drogo in Game of Thrones gecastet. Es war eine Rolle, die wie für ihn gemacht schien. Durch das schwere Training von Conan konnte Mamoa einen perfekt passenden Körper zur Schau stellen. Zudem ähneln sich die Charaktere Drogo und Conan sehr, was ihr Erscheinungsbild angeht. Bis heute betrauen noch viele, vor allem weibliche Fans, den frühen Serientod von Karl Drogo. Er gilt bis heute als einer der beliebtesten Schauspieler der Serie. Machen wir nun einen großen Sprung von fünf Jahren in das Jahr 2016. Dort spielte Mamoa einen Kannibalen in The Bad Batch. Auch diese Rolle war für ihn sehr körperbetont, da der Film ausschließlich in der Wüste spielt und einige Charaktere oberkörperfrei zu sehen sind. In diesem Film hat Mamoa seine bis jetzt massigste Form. Vor allem sein Rücken wirkt in diesem Foto einfach massiv. Er hat seit Game of Thrones noch einiges an Muskelmasse zugelegt, aber auch ein bisschen Körperfett. 2017 und 2018 verkörperte Mamoa Aquaman. Dieser Rolle ist Mamoa für mich in der Form seines Lebens. Er hat zwar ein bisschen weniger Muskelmasse als in The Bad Batch, jedoch ist er auch merklich schärfer, was die Muskelkonturen anbelangt. Besonders sein Bauchbereich ist auch deutlich definierter. Wie konnte Mamoa nun diese körperliche Entwicklung meistern? Zum einen ist er ein begeisterter und vor allem begabter Kletterer. Das half ihm vor allem diesen massiven Rücken aufzubauen und ist gleichzeitig sein Kardioprogramm. Zudem trainiert Mamoa in einem Fitnessstudio funktional und Bodybuilding gerecht gemischt. Funktional wie etwa einarmiges Lattziehen, was ihm beim Klettern hilft und Bodybuilding gerechte Übungen, wie er hier das Seitheben, eine Isolationsübung für die seitlichen Schultern. Die Bodybuilding Übungen dienen ihm dabei logischerweise fürs Aussehen. Jetzt noch einmal seine wichtigsten Fakten zum Schluss. Chase Mamoa ist heute 39 Jahre alt. Seine Körpergröße beträgt 1,93 Meter, dabei wiegt er 106 Kilogramm. Sein Oberarmumfang entspricht etwa 45 bis 46 cm. Hoffentlich hat euch das Video gefallen. Wenn dies so war, dann lasst ein Like, einen Kommentar oder ein Abo da und bis zum nächsten Mal. Und dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.